Musik 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 So wie die alten Gutsche im Frühjahr gelebt haben, das kann man nicht mehr so nachvollziehen. Nichts, ich sehe sehr viel mehr, auch die ganzen eismodischen Sachen. Die Fantasitante, die hier wohnt. Nein, Marnassitante. Die überlegen gerade, ob Friedrich der Böse wirklich so ein großer Raum ist. Habe ich es geschafft, euch schnauben? Das ist hier vor der Mitte, also dafür ist wirklich die Lensa. Die wird ganz nah an den Boden geführt. Dann schnappt man das hier rüber und dann haut man damit auf die Gersten von den Getreidestängeln und dann kommen da die Körnchen raus und die können dann in den Körnchen malen. Also entweder habt ihr ein unglaublich gutes Vorwissen oder ein unglaublich gutes Vorwissen, wie es schon gehört hat. Ist egal, habt ihr doch ihr wisst. Was für Fensterform. Also eine Fensterform. Da könnt ihr zwei klemmen und Notizen. Okay? Wie? 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 Warum? Was? Wie? Wie? Untertitelung des ZDF, 2020